Was müssen wir da jetzt machen? Klauen? Den Klauen. Okay. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von GTA 5 Online. Meine Damen und Herren, ich bin hier gerade mit meinen neuen Freunden, Alter. Und der macht mit mir ein Selfie, Seifer und... Keine Ahnung, wer das hier links neben mir ist. Es ist schon ein bisschen spät, Leute. Dementsprechend müssen wir uns beeilen. Wir müssen es schaffen. Zombie muss gleich mit den Hundis raus. Wir spriesen hier einfach hin. Übrigens, natürlich, mit am Start ist der komplette Freedom Squad bestehend aus Menil, Maudato und Zombie. Hallo. Es ist hier natürlich... Was? Blau! Ich stech den ab. Ich stech den ab. Hey! Was hab ich dir denn getan, Opa Dato? Mit seinem neuen Kanal, 1 Dato. So, schnell rein hier. Damit wir die neuen Heists anfangen können. Also, nicht die neuen, aber ihr wisst jetzt, die letzte ist es tatsächlich, oder? Ja. Ist es der Banküberfall? Ich weiß es nicht. Raubüberfall. Die Vorbereitungskosten für Pacific Standard Überfall belaufen sich auf 100.000? Wird hier immer teurer. Das letzte Mal waren es 40.000. So, ich hol mein Handy raus und es klingelt an der Tür. Lass mir rein, Hilfe. Ne, es klingelt... Irgendjemand anders klingelt. Nein, bitte, bitte, bitte. Die wollen mich hier alle töten. Räumt die Vorzeigefiliale der Pacific Standard Bank aus dem Winewood Boulevard aus. Stürmt die Bank, stellt die Leute ruhig, knackt den Tresor, schnappt euch, was ihr könnt und fliegt auf den Motorrädern. Und fliegt auf den Motorrädern. Ja, perfekt. Ach, das ist der große Heist, der letzte. Ja! Alter, schnell, alle... Ja, hört auf zum Klingeln! Oh, Dado ist tot. Warum? Ich weiß nicht. Weil du uns nicht eingeladen hast. Ja, ich hatte hier ein paar... Alle reine Scholl. Ja, ich suche hier immer die eine Option. Oh, nehmt schnell bitte alles ganz schnell an. Oh, du hast alle eingeladen. Also, ich habe auch schon lange angenommen, aber... Ja, Kackfresse ist auch da. Geil. Gott sei Dank, Kackfresse. Was? Weiß nicht... Was? Nichts Traurigste, ein Kackfresse. Wie viel Geld habt ihr? Ich habe... Weiß ich gar nicht. 650.000. 3,9 Millionen. Läster! Oh, nein. Ich fülle den anderen wieder. Oh, ja. Alter, er hat mir seinen Stick gegeben. Oh, jetzt hat... Hey, jetzt hat Zombie meinen Stick. Ja, mein Kampfstab. Ich fahre... War nicht den Maudato. Ich steche ihn jetzt ab. Was willst du, hä? Das ist aber wirklich so... Jetzt gibst du den einfach Maudato? Hier, du bist blind. Nimm du den. Und jetzt... Manuel, guck ganz neidisch. Ich will den auch. Er kriegt den nie. Hoffentlich nicht. Alter, ich... Jeder hatte den. Jetzt seid ihr angesteckt. Womit? Oh, das wirst du noch früher genug erfahren. Ich hatte Handschuhe an. Werde ich wieder grün? Das stimmt. Läster, ich drück gleich Alt-R4. Also, Leute. Verschafft euch einen Postwagen mit einem Sender, der sich umprogrammieren lässt, dass er die Farbpatron der Pacific Standard entschärft. Ihr werdet ein paar Transporter fotografieren müssen, um den richtigen zu finden. Okidoki. Sehr gut. Habt ihr alle Rüstung gekauft? Das kann man hier nicht mehr. Doch, kann man. Ach, da sieht man mein Geld. 732.000. Du hast mehr als ich? Ja! Ui! Alter, cooler Tourist. Ich fahr. Paluten, du darfst Navigator sein. Aber was mach ich als Navigator? Aber eigentlich find ich das gut. Paluten und ich sind so die schlechten Fahrer. Alter. Zombie und ich, wir haben den Swag gepachtet. Da ist das Outfit. Danke, gleichfalls. Ich geh dann mal zu meinem Auto. Ich geh zu meinem Auto. Dein Navigator wird sich zu den Transportern losen. Nein! Sprach-Chat und Richtungspfeile benutzen, die angezeigt werden. Okay, ich bin nächstes Ding. Wir sammeln auch. Hier, steigt. Ach ne. Was ist jetzt? Ich fährte einfach weg! Hä? Ich bin was denn? Ach, du bist da! Ich dachte, du wärst... Also, ein Fahrer und ein Navigator muss immerhin ein Auto fahren. Also, ich auch. Ihr seid bei den... Dann muss ich bei dir... Ja, ja. Ach so. Dann warte. Nee, ich bin nicht beim Auto. Hier, Paluten. Ja, ja, komm bei mir rein. Wir sind schneller so. Ja, aber ich muss fahren. Fahr, du fliegerierst. Kannst du nicht hacken und fahren? Du hast eine neue Handy-App, Manu. Oh, ich hab eine neue. Hier, auf deinem Handy hast du eine App. Ah, ja. Ah, da! Trackify! Jetzt musst du mir sagen, in welche Richtung ich muss. Nach rechts. Ah, okay. Zum Beispiel. Nach rechts. Oh, hinter uns war einer. Auch nicht, dass wir denselben nehmen. Nächste... Ja, ja, sehr schön. Das Auto ist so schnell, das kann ich nicht... Ist es zu spät, zu tap? Moment mal, stopp! Einmal um 180 Grad drehen. Nee, nee, fahr mal einer rechts. Ja, es gab technische Probleme. Okay. Das macht keinen Sinn. Dann fahr rechts. Da ist ein Transporter, glaube ich, oder? Sorry, dass wir gleichzeitig reden, aber wir müssen es auch machen. Ja, alles gut. Okay, also hier lang. Ja, ja, fahr einfach mal geradeaus. Hä? Maudado? Ja? Du fährst nicht mehr. Ich fahr geradeaus, Maudado. Ach, es gab... Nee, es gab einen riesigen Leck. Und jetzt links. Ganz nah, ganz nah. Jetzt links. Also die Entfernung... Ich fahr langsamer, aber es ist ja leck. Ja, es leckt halt teilweise... Wo lang? ...komplett absurd. Okay. Da, da vorne ist einer. Nee, aber... Da ist er. Ich sehe dich nicht. Genau. Also ich wurde gerade 70 Meter teleportiert. Okay, ja, ja, das ist tatsächlich einer. Okay. Ich schnapp mir Snapmatic. Und ich zoome jetzt richtig schön rein. Und mache ein wunderschönes Foto. Das ist nicht... Ja? Jetzt besorgt mir die anderen. Okay, wir brauchen nur noch einen Transporter. Links. Links. Ja, gönnt euch den einfach. Weil bei mir ist es halt absurd. Es tut mir leid, Leute. Dafür kann ich wirklich nichts. Aber ihr seht das. Wir fahren... Wir halten jetzt gerade an und gleich werden wir uns teleportieren. In 3, 2, 1, jetzt. Genau. Fast. Es fahren auch bei mir für GTA-Verhältnisse richtig untypische Autos überall längs. Und jetzt links nehmen wir uns. Links. Genau. Wir haben ihn gefunden. Rechts. Ah, ihr seid auch da. Hi. Hallo. Ja, jetzt funktioniert das auch einigermaßen. Verdammt. Ach, warte, ich mache nochmal zur Sicherheit. Nein, blockier es. Nein! Wir geschlagen. Wir geschlagen. Ich habe das... Oha, Fahler! Alter! Das ist doch nicht dein Ernst. Ja! Dann fahren wir mit Stonberry. Vielleicht necks mit Stonberry nicht. Wir haben eh Partner-Lugparle. Stimmt, ja. Das ist ein Zeichen. Halt die Fresse. Dann zum Ernst. Können wir beide auf dem Motorrad fahren? Ja, ja. Ja, ja. Nice. Wir sehen aus wie ein schönes Pärchen eigentlich. Achso, ich sollte vielleicht die App mal rausholen. Und jetzt geradeaus. Okay, rechts. Geradeaus. Ja, auch weiter geradeaus. Okay, er poset sich gerade so und fängt mal gegen. Rechts. Ja. Das mache ich dann hier. Geradeaus. Ja. Da ist er. Okay, ja, es hat trotzdem wieder absurd gelegt. Ja, ja, ich schnapp mir Snapmatic. Und zack. Das kann man nicht. Ja. Okay, nächsten. Komm, wir müssen mehr haben. Okay, okay, okay. Und jetzt da rechts. Ja, ja. Geradeaus. Nee, links, links. Die nächste links. Und jetzt gleich links. Fahren wir weiter. Nee, angeblich nicht mehr links. Jetzt doch rechts. Ja, fahrt ihr einfach hinterher. Rechts. Ich öffne schon mal Snapmatic. Ich glaube, ich bin nicht in die Nähe von denen. Hä, warum nehmen die denn nicht den hinteren? Ich nehme jetzt extra den... Nee, das ist ein Müllautoschatz. Fahrt ihr einfach rum. Fahrt ihr einfach rum. Nein, nein, nein. Dann fehlen wir. Ja, du fährst gerade genau. Ja, wir müssen... Bleib einfach... Bleib in der Nähe. Ja, ey, wir haben auch Sterne. Bleib einfach in der Nähe. Ist doch egal. Ja, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn... Wissen Sie überhaupt, dass wir gerade nirgends hinfahren? Ja, wohin denn? Manu, sag mir eine Richtung. Ja, hinter uns. Er fährt einfach die ganze Zeit euch hinterher. Ja, das sagt ja nichts. Natürlich. Einfach weiter... So lange ich nichts sage. Einfach noch weiter geradeaus die Straße lang. Ja, aber da fahren ist ein Polizeiauto. Ist doch egal fahren. Rechts jetzt eigentlich. Ich fahr den Umweg. Also, wir werden nie einen bekommen, Leute. Ja, da, 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 da. Ne, ne, ne. Hä? Ja, wir haben zwei. Warum fliegt denn jetzt wieder? Hä? War die Richtung richtig? Alter, ja. Du hast es geradeaus gesagt. Und dann bin ich rechts gefahren, um auszureichen. Ne, jetzt die nächste links. Irgendwie links. Irgendwie links? Okay. Ja, gut. So, ey. Geht's dir gut? Wir haben keine Sterne mehr. Ich höre jetzt auf dich. Ich fahr einfach geradeaus. Bis du was sagst. Ich komm zu dir runter. Warte. Nur nicht gegenfahren. Hier, warte, ich komm. Ich bin unten. Ah, ja, okay. Gut, lass mich wieder fahren. Okay. 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 Ich spring rauf und los. Angeblich einfach nur geradeaus. Das hat's jetzt ganz schnell. Fertig, er geht zurück und ja, oder? Geh rechts, rechts. Genau. Rechts und dann nochmal rechts. Ja, eigentlich ist er jetzt schon hinter uns. Ja, genau. Fahr ruhig rechts. Ja, von mir. Achso. Ich war mir lags, glaube ich, gerade wieder. Wir halten einfach gerade. Oh! Oh Gott! Ich bin in der Brücke runtergesprungen. Ja, das ist, das ist gut live. Links, hier irgendwie hoch. Ja, ja, sehr gut. Ich hab das Bild. Sehr gut. Irgendwie müssen wir hier vorbei. Versuch da irgendwie hochzuklammern. Und jetzt da rechts. Oh oh. Da, ich seh's. Ich seh ihn da vorne. Ich seh ihn da vorne. Wir haben ja schon fotografiert. Siehst du ihn? Wir haben ja schon fotografiert. Ach Mist! Geradeaus. Genau. Und jetzt gleich links. Vielleicht zieht's doppelt. Scheiße. Ich schreibe deine Foto-App aus. Hab ich schon. Okay. Alter, du, du. Der fährt überall gegen! Siehst du ihn schon? Siehst du ihn schon? Da links ist er doch. Da links ist er doch. Da links ist er doch. Ich mach'n Drift! Scheiße! Sie gleichen aus! Äh, ich hab von hinten. Da! Ich hab von hinten ein Bild gemacht. Ja! Ja! Ich hab von hinten ein Bild gemacht! Da kommt der Stil! Wieder richtig knapp. So, mir wär fast wieder dagegen gefahren. Egal. Klimpa, klimpa, klimpa. Vor allem, jetzt hab ich ja von hinten ein Bild auf meinem Handy, was auch das Teil beinhaltet. Achso, jetzt müssen wir welcher der richtige LKW ist. Und jetzt fahr die an! Nein, 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 Manu. Warum denn nicht? Der scheitert nicht. Stimmt, einer von denen kann sterben. Ja. Vor allem ein bisschen fest dagegen. War ein Licht, Zombie. Sie wollen uns umbringen. Unsere eigenen Freunde. Was müssen wir da jetzt machen? Den Klauen? Den Klauen. Okay. Ah! Aua! 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 Menjel! Halt die... Mauda! Halt die an! Halt Palette auf! Halt Palette auf! Ein Zombie ist sogar gestorben! Was?! Ja, wir haben schon einen Toten. Der ist mit beiden Reifen über mich gefahren. Wir sind Schweine... Dreck hinein und schieß! Wir sind Dreckschweine! Okay, warte, ich geh... Dann geh ich in... Schatzteils aus! Warum schießen wir? Manu, warum denn? Wir müssen ja... Ach! Los! Häng die Cops ab! Los! Alter, ich erschieß Manu! Nein! Bitte nicht! Ja! Ja! Ich boot's den einen Kopf hier weg! Ich hab gar keine Bullen! Hast du nicht? Nein! Er kann's einfach aufgeben! Ach so! Warte, dann würde ich... Ich dachte... Wir müssen jetzt alle! Ich bin da, wo wir abgeben müssen! Ne, Platin bekomm ich so oder so nicht! Ja! Moment mal! Ich hab drei Fotos gemacht! Ja! Moment mal! Ja! Teamwork mit Zombie! Schon hast du Platin! Menil! Kann ich vielleicht den Laster abgeben? Menil! Bist du noch da? Menil! Bist du noch da? Mani... Ich sie ver... Verbindung ist grad schlecht, ne? Ich... Ich... Ich schick dir das über WhatsApp! Hä? Mann! Aber warte! Lass mich doch wenigstens mit in den Einsteigen! Bitte! Nee! Wieso denn? Lass... Ja! Ja! Oh, ich muss die Kopf abschütteln! Der Mensch, der mich jedes Mal rauskickt aus jenem Vehikel! Oh oh! Ich lass dich doch nicht mit F irgendwie an meinen Wagen! Den hab ich mir selber gekauft! Nein! Nur, dass ich mit ins Ziel fahr! Ja! Ich weiß! Das ist mir schon klar! Nee! Ich will wirklich nur mit ins Ziel! Hä? Nein! Oh nein! Die Polizei! Ich bin die doch gerade los geworden! Ach! Nein! Lass mich! Ich hab keine Sterne! Das hat funktioniert! Ja! Ja jetzt hat Zombie auf jeden Fall Platin! Komm! Drei Bilder! Hallo! Alter wo da? Alter wo da? Alter wo da? Alter wo da? Oh ey! Die hat dich berührt! Oh! Ohohohoho! Und? Und die hat dir grad ne Bombenmücke gegeben? Jetzt! Ja! Bestanden! Wo hast du? Ah! Ah! Hä? Da ist das Ding meine Damen und Herren! Da ist es! Wie kannst du Bronze haben wenn ich dir den Lastfong überlassen hab? Die Fotos haben wir gestorben ist! Achso ja! Ah! Ich möchte meinen Eltern danken die mir das ermöglicht haben hier jetzt vor der Facecam zu sitzen und GTA zu spielen mit meinen allerbestesten Freunden und dann auch noch Platin Leute! Wir haben nur insgesamt knapp 15 Parts gebraucht! Warte! War das echt das erste Mal? Ich muss mir noch Tränen ins Gesicht wischen! Oh Gott das war zu viel Wasser! Ist egal! Nimm nächstes Mal Zwiebeln! Warte ich nehme das Wasser! Oder hast du Tabasco da? Hol dir Tabasco! Nein! Ich hole mir kein Tabasco! Hier ist alles voller Wasser! Nice Alter! Nicht kämpfen nur Fotos machen! Oh! Ein Auto! Nein! Oh Gott! Überlebt! Oh Gott! Bitte! Oh Mann! Ich hab einfach überall hingegemacht! Ey! Was soll'n das? Ich treff'n! So Leute! Das war's mit der heutigen Folge! In diesem Sinne! Lasst definitiv ne kleine Bewertung da und vergesst unter keinen Umständen bei Zombie Maudado und German Let's Play vorbeizuschauen! Ich werde hier eine kleine Granate hinlegen und dann ist das Video vorbei! Oh! Next one! Bats! Ciao Ciao!